Eine neue Folge Rocket League. Ich glaube es ist Nummer 6 inzwischen, in Folge. Ach ja, wir sind ja schon wieder da. Das geht immer viel zu schnell hier. Mit dem Critz, mit dem Critz. Ja, guten Tag. Und dem Sombrero, also bitteschön. So, Mori1000 ist auch dabei und der wartet noch auf einen kompetenten Partner, der wahrscheinlich durch einen Bot ersetzt wird. So, Jayne. Meinetwegen auch Jayne, es könnte auch Furi sein. Ne, es ist Xaron, 566. Okay, cool. Und er ist da. Oder es ist ein Bot. Du schießt los. Ne, du. Okay. Ja, das sah schon nicht schlecht aus. Oh, es ist jetzt ein ganz anderes Blickfeld bei mir. Der Varys hat mir nämlich gute Kameratipps gegeben. Dass du den Bayer auch ein bisschen mehr siehst, so. Oh Gott. Okay, okay, okay. Kriegst du den? Kriegst du den? Ja. Schön, schön, schön. Ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte. Ob die Flacke? Ah, der kam ein bisschen kurz. Ey, die rupen meinen aber auch weg hier, die Jungs. Was ist los bei denen? Haben die, wow. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Und ich hatte halt leider keinen Boost, sonst hätte ich ja was gemacht, ey. Guck mal, ich war da. Mit einem Frontflip bist du auch schneller. Achso. Das war aber mehr Lack. Ich weiß gar nicht, wie der Frontflip geht. 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 Oh, das war nicht gut, das war nicht gut. Ah, ich sollte auch für die DDR zu fahren. Warum fährst du mir eigentlich hinterher? Oh, der geht nach vorne. Ja. Der nicht. Der ist leider nicht mehr. Alter, wie kommt man denn so hoch? Mit Aerials. Es geht aber mit mir nicht. Springen und nach oben ziehen und boosten. Ja, ich kann aber nicht nach oben ziehen mit Tasten. Doch, eigentlich geht das. Ja, ich weiß gar nicht wo. Achso, komm! Nee, hab ich schon getroffen. Ach, Andre. Ich kann gar nichts. Es geht mir auf den Sack, dass ich nichts hinkriege hier. Okay, 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 jetzt aber. Alter, der ist richtig schön, der ist richtig schön. Kommt der rein? Oh, das war ein Trommel. Das war wie so ein Kopfball. Ja, das war auch ein Kopfball. Guck mal an da. Siehst du? Ich weiß, ich kann das nicht. Ich brauche mal einen Schoder. Ja, ich weiß. Sorry, kein Problem. So, jetzt aber, Genas, jetzt aber. Jetzt sind wir wieder im Game. Gut, dass wir alle losfliegen. Vorsicht! Ja, da ist keiner hinten. Ich kann die Schiff gehen jetzt. Ich hab ihn ein bisschen abgewehrt. Oh, was ist da das denn? Oh, was ist da das denn? Ich hab ihn ein bisschen abgewehrt. Oh, was ist da das denn? Ja. Ja. Haust'n rein? Ja, wenn ich boost hab, vielleicht. Ne, hier, mach du. Ja. Oh, schade. Voll vorbei. Der ist drin, oder? Das war nicht so cool. Ne, der ist nicht. Der ist drin. Schade eigentlich. Es sind immer diese verkackten Sprünge, die ich nicht hinkriege. Aber du kannst irgendwie deine Sprünge mega krass steuern. Das kann ich halt gar nicht. Ja, das ist halt Gewohnheit so. Ich kann das auch noch nicht perfekt. Er fehlt bei mir auch noch ne Menge. Also, ich spring halt, dann versuche ich mit AW, aber es passiert halt überhaupt nichts. Also hab ich das Gefühl. Scheiße. Hast du? Perfekt. Schön geklärt. Und jetzt nochmal klären. Los. Ja, wie schön hast du geklärt und jetzt nach vorne dribbeln. Attacke. Verkackt, verkackt, verkackt. Ja, ja, ja. Gleich hast du ihn wieder. Gleich hast du ihn. Nein. Alter, ich hab dich da hingeschubst, hast du gesehen? Uff. Das war gar nicht so schlecht von mir gerade ausnahmsweise mal. Da könnte drin sein, wenn wir Pech haben. Nee, ist nicht drin. Sehr gut. So, jetzt kommt Claire. Geh ran da. Ja, vorbei. Ah, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, ich hab keinen Boost. Das ist ziemlich schade. Dann hol ich mal den Boost. Du regelst das, ne? Perfekt. Ja, komm. Das sieht doch schon gut aus. Ja, fast. Auf mich zu verharrten, Alter. Was soll ich mehr kommentieren, während ich spiele? Das tue ich. Ja, dann mach ihn rein jetzt. Oh, das war schade. Und den schön so reinflippen? Aber... Ey, da wächst mein Tor. Ah, verkackt. Oh Gott. Oh, ich bin... Aber ich hätte... Ich glaube, das wäre voll geil gewesen, wenn die jetzt geschossen hätten, weil ich wäre voll gut gekommen. Also... Hätte den gut abgewehrt, meine ich. Lächerlich. Was denn? Das an der Bande hochspringen klappt nie. Was denn? Oh, wie der gezaubert hat, der Chris. Hast du das gesehen? Oh, herrlich. Ich guck es dir in der Wiederholung an. Und dann zieh ich ihn einfach nur so... Zack! Alter, den hättest du gar nicht mehr berühren dürfen. Ja, aber ich darf mir sicher gehen und so. Ja, ist okay. Aber eigentlich war das ein Traum. Ja, das war auch ein Traum. Mach ihn rein, komm. Drei Sekunden. Dann gewinnen wir. Der ist drin. Oh, ich dachte, der ist drin. Komm mal. Äh, in der Fußballsprache nennt man das doch Leo, oder nicht? Ja. Mein nur. Oh, der wäre reingegangen? Das war gar nichts. Ja, du regelst. Komm. Ja, schön gesaved. Das machst du, oder? Okay, nice. Nachspielzeit. Wie viel denn? Achso, bist du ein Tor jetzt? Bist du ein Tor. Golden Goal oder so. Du natürlich. Oh, das war gar nicht die schlechte Richtung. Komm, hau ihn bitte weg. Hau ihn bitte weg. Der ist drin. Der ist leider nicht drin. Aber jetzt. Aber es gibt ja noch einen Nachschuss. Der ist auch nicht drin. Nein. Komm, Chris. Ja, fast. Ich stehe halt daneben, ey. Scheiße. Oh nein, bitte, bitte. Oh, das war ein Traum. Super, André. Okay. Oh, hey. Nicht mich schubsen. Das ist total uncool. Hast du den? Den musst du haben. Ich habe ihn. Sehr gut. Wir können anfangen schon mal. Habe ich leider nicht. 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 Er macht nichts. Ah, fuck ey. Ja, egal. Nächste Runde. Na, komm. Ich habe einen Zauberhut. Na, cool. Kann ich doch zaubern. Ich bin bereit. Er ist nicht bereit. Komm, wir gehen raus. Das dauert sonst zu lange. So, mal gucken. Ich probier mal den Zauberhut aus. Ja, mach mal den Zauberhut. Dann zaubern wir jetzt zusammen eine Runde. Oder ist aber ein anderer Zauberhut. Ja, da kommt er schon. Perfekt. Okay, los geht's. Hugo, Toll-Dee. Ladies and gentlemen, willkommen zu dem heutigen Spiel. Bist du oder ich dran? Du. Ich sehe halt immer nicht, ob du hinter mir stehst. Oh, war zu schnell. Scheiße. Oh, das war scheiße. Ich wollte es mal probieren, hat nicht schon geklappt. Aber egal. Die kriegen den Tor auch nicht rein. Doch. Aber ich. Guter Schuss. Oh Gott, ey. Na, ich dachte, ich probier das mal, weißt du? Ja, hauptsache in mein Tor. Ja. Perfekt. So, komm. Vollgas. Den musst du haben. Warte. Den hat er auch. Den hast du. Oh, hast du Vorlage. Alter, hast du das gesehen? Hast du das? Oh, und jetzt du nochmal. Oh, schade. Warum war der nicht drin? Das war so schade. Bist du hinten? Ja. Oh, ich bin aber kompetent dran vorbeigefahren. Nehmen wir einfach mal den. Und lass ihn genau vorm Tor aufkommen. Hau da einfach nach vorne. Geil. Ich mach. Uiuiui. Ach, wenn ihr mich nicht immer wegschuppen würden, ne? Wäre das alles viel einfacher. Okay, okay. Komm. Den. Hast du Christ! Hast du den? Ne, ist nur hochgeflogen, leider. Jetzt da drin wahrscheinlich. Ja, nice. 2-0. Ah, verkackt, Alter. Mann. Okay. Leicht jetzt. Ne, ja, beide hast du auch. Boost. Und da Boost. Das war fast was. Cool. Ich hab ja genau vorm Tor gespielt. Wenn ich das mal hinkriegen würde, wenn ich im Eingriff bin. Ey, das wäre total schön. Hepp. Das sieht schon nicht schlecht. Oh. Das war ne Flanke. Ne, der war zu weit. Okay. Ich dachte, du hast den. Hm, hab ich auch gedacht. Du musst den haben. Du musst den haben. Du musst den haben. Du musst den haben. Ich hatte den, aber er hatte ihn auch leider. Oh, fuck. Wir verkacken das. Ich glaube, alle, die dieses Spiel einigermaßen beherrschen und uns zuschauen, ne? Oder mir zuschauen. Die kratzen sich nur noch im Kopf. Das glaube ich mal gar nicht. Your turn. Hau den rein. Komm. Geh nach hinten. Ach komm ey. Was ne Scheiße. Wir reden schon gar nicht mehr, weil wir so frustriert sind. Frustriert sind. Ich bin nicht frustriert. Ich bin richtig frustriert. Hab ich den rein gemacht? Ne. Der fasst so aus gerade. Aber er hat ihn leider unten getroffen. Ich hab oben geblockt und unten hat er getroffen. Das war ein bisschen doof. Fuck ey. Mann, Mann, Mann. Das war gar nichts. Das war ein bisschen mehr. Ja. Dribbeln wir mal ein bisschen nach oben so. Huch. Die noch öfter so kommen würden, ne? Scheiße. Ja. Der war nicht drin. Ne war er nicht. Hast du locker. Okay. Dann hast du nicht locker. Alter, den so richtig mitnehmen kann man hier nicht, ne? Das ist so. Aber es ist schon schwer. Nicht so einfach wie beim Fußball. Ist ja auch Autofußball. Du hast ja keinen Fuß. Ja. Oh, ich bin so doof, ne? Jetzt mach ich auch Fehler. Also richtig, richtig dumme Fehler. Ach, Leute. Ach, egal. Die Folge schmeiß mal weg hier. Was? Ja, das kann sich doch keiner ansehen hier. Die weinen doch alle schon vom Bildschirm. Ja, genau du. Den meine ich. Komm, schreib in die Kommentare, dass du weinst. Oh. Ach, Mann. Zieh jetzt mal. Ich glaub, der Zauberhut ist nichts für mich. Also. Wo kam der denn jetzt her? Das war aber ne schöne Flanke. Von mir, ne? Ja, fast. Eigentlich von ihm. Aber der hat da schön da reingezogen. Ja. Okay, komm. Jetzt fliegen wir los. Jetzt? Ich mach jetzt ein Tor, pass auf. Na gut. Ene Mene Mai, flieg los. Kartoffelbrei. Hex, Hex. Ja, geflogen ist er. Das war nicht Kartoffelbrei. Boah, was ist denn das jetzt? Los, schrieg! Zieh, Junge! Ich bin so doof, ey. Ich treff nicht mal mehr einen Ball im Liegen, da. Was machst du denn? Mich ausruhen von der schweren Arbeit hier. Oh, schade. Kann doch nicht wahr sein. Das sind eigentlich voll die Volldeppen, ne? Ja, so ein bisschen. Ich mein, wer nennt sich denn Gilex? Gilex! Gilex! Semi-Profi. Deine Oma ist ein Semi-Profi, aber nicht im Rocket League spielen. Und was sind da? Och, Chris. Weißt du was? Spring doch einfach mal gegen den Ball, wär ne Idee. Nein, nicht noch ein Tor. Ah, wie herrlich. Wie herrlich. Wir haben auch wieder 15 Minuten. Das war die Folge für heute. Ja. Aber wir haben auch echt beschissen gespielt jetzt, ey. Ja, find ich auch. Ne? Also, Hauptmenü, Hauptmenü und neues Spiel. Bis morgen. Bis morgen. Ciao.